Bum 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 und herzlich willkommen zu MMM Ja genau, herzlich willkommen zu MMM Ich war gerade unter den Wasser und bin Happy又 wieder latterse habe ich mal m KOIfit gemacht Ich habe deinen Müllschlücker etwas umgebaut! Danke schön! Hast du einen Dispenser reingebaut. Ich habe nämlich keiner Ahnung wie ein Dispenser funktioniert Nein, Dispenzer weiß ich ja sogar, aber ich weiß nicht wie ein ein Trichter funktioniert ... ecke ich glaube noch nichts an Wahrscheinlich. Muss ich mich vielleicht noch mal ein Tutorial angucken. Ne, eine Falltür. Warum? Damit man, äh, damit ich da reinschubsen kann. Boah, ich bin grad fast gestorben. Ich hatte noch ein halbes Herz. Äh, Jörg, du musst ein bisschen mehr Stein farmen, glaube ich. Haben wir so wenig? Wir haben nur noch, äh, eine Reihe. Oh, das ist wenig. Jörg, du lässt nach. Weil durch, doch, da fällt was durch. Du musst es hinten links in die Ecke werfen. Du musst es halt auf die Dingens werfen. Hat bei mir zumindest noch geklappt. Ich hab jetzt wieder, eine Reihe Clay dabei fast. Im Übrigen, für Eisens-Dex fertig. Nice. Ich hasse Boote. Also Stein, okay. Ich dachte schon Eisen, ey. Hast du Eisen, zwei, oder irgendwo? Ja. Die hab ich zu dem Baumaterial eingepackt. Okay. 16, 15 Stück, Entschuldigung, 15 Stück. Kann man dran denken sein. Hetzt ja. Ich hab da noch Clay in den Kisten. Äh, ne. Ah, so, damit man jetzt reinfallen kann. Super. Nimm hier noch ein paar Glasscheiben mit. Und das kannst du noch bauen. Ja, ich hab doch kein Clay bei den... Oh, ich hab noch zu viel Clay bei den Baumaterialien drin. Wir brauchen mehr Öfen. Ja, ich baue schon gerade ein paar Öfen. Okay. Wenn man was sagt... Ah, ich hab da noch ein... äh, Stein. Nimm hier noch ein bisschen mit. Könntest du ja bitte noch einen Eisenzaun reinsetzen. Ich will da nicht reinfallen. Oder einen normalen Zaun. Normaler Zaun funktioniert auch. Ja, super. Ja, tut mir leid. Es wird übrigens Nacht. Komm langsam hoch wieder. Ja, mach ich gleich. Ähm, ich muss gleich kurz eine Aufnahmepause machen. Nein, musst du nicht. Das fällt dir doch super durch. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich muss gleich kurz Kaffee trinken mit meiner Omi. Was brauche ich denn? Eins? Nein, vier, glaube ich. Ich hab ja fünf gemacht, egal. Öfen? Jo. Je mehr, je besser. Ja, das ist ganz nice. Ja, mach dann da oben, äh, mach ich das noch einen höher, dass das dann so Schrottstein etwa wird. Hey, die beiden Blöcke sehen gerade bei mir aus wie Öfen. Das sind Öfen. Ah, hast du jetzt sechs Öfen hierhin gebaut? Ja, neun, ne Ofenwand. Ach du Scheiß, Alter, übertreib doch maßlos. Hast du, äh, Kohle dabei? Ja, kommst du. Ach nee, du kannst ja unten schlafen. Koala-Festmann hat mich nochmal eingeladen. Super. Stimmt, er hat ja, ich hab ja ein Bett gebaut. Jo, komm, wir gehen runter. Ich liege. Okay, ja, wir auch gleich. Dann kann ich mir jetzt gar nicht mehr ins Gesicht wichsen. Hast du das Tor offen gelassen? Nein. Nee, mach das schon. Ich hab extra viele Türen dahin gemacht, damit du überall, äh, dann gehen kannst. Ja, ich mach meistens einfach einen kompletten Zaun aus Türen. Würde ich nicht machen. Warum nicht? Lohnt schon aus. Zum Glück kann man die ganze, kann man die Geschichte mal lesen, wenn man, äh, schläft. Jupp. Naja, man liest ja nichts Neues drin. Warum ist die irgendeine Steinax drin? Weil die noch keiner verbrannt hat. Ich kann man auch nicht verbrinnen, man kann nur komplett Holzsachen verbrinnen. Man kann Steinax in den Lava-Pool werfen, dann verbrennen sie auch. Ja, aber ich mein so. So. Wo funktioniert das jetzt bitte? Warte. Jetzt hast du die Steinax übrigens auch gesammelt. Moment, ich probier's mal. Du musst sie da in die Ecke werfen, da. Okay, warte. Das ist mein... Ach, wirf halt deinen wichtigen Clay weg. Siehst du? Ja, beim Bier, äh, hab ich nicht gehört. So. Dann nehm ich nochmal 64 Kohle mit. Äh, ja, wir brauchen demnächst wieder Kohle. Wir verbrochen zu viel. Oh, wir haben nur noch vier. Ja, ich verbrauch viel zu viel durch Clay und so. Ja, ich verbrauch ziemlich viel. Ich muss jetzt, äh, 40, äh, 64 Kohle auf neun aufteilen. Das ist nicht viel. Ich muss Clay da reinballern. Ganz viel Clay. Ich hab noch... Zwei, vier... Vier Stacks dabei. Fünf Stacks dabei. In jedem Ofen müssen mindestens acht Kohle sein. Ja, ich hab auch, äh, bis auf einen Ofen hab ich überall acht Kohle. Okay, nice. Gleich nicht mehr. Gleich hast du in keinem Ofen mehr Kohle. Also in, äh, fünf Öfen hast du vielleicht keine Kohle mehr. Komm, mach. Ich weiß. Was für das? Das Lava-Pool-Ding? Ja. Wieso machst du den so riesig? Wollt ein Vierer machen. Und da wollte ich, äh... Wollt dann vielleicht hier noch so Steinplatten rüberlegen. Ja. Äh, wir brauchen noch einen Amboss, ne? Weißt du? Ja, und den Amboss wollte ich dann in diese Ecke hier packen. Und dann hier vielleicht noch wie... Ja, kann man... Gibt's eigentlich Tische und Stühle schon in Minecraft? Mh, nein. Das ist doof. Wenn jetzt mein Tablet-PC funktionieren würde, könnte ich mal kurz nachgucken, wie ein Amboss geworden wird. Ich glaub, drei Dingens und drei unten. Ich weiß nicht, warte. Ich glaub, brauchst du einen Eisenblock sogar. Ja, brauchst du drei Stück. Komplette Eisenblöcke. Ja, drei Eisenblöcke. Und der Amboss hält auch nur begrenzt. Alter, sind Eisenblöcke teuer. Ja, neun Eisen. Ja, Bögen haben wir schon einen. Über zwei. Alter, sind Eisenblöcke teuer, ey. Hab da noch was geschrieben? Ich hab auch schon ne Arme gecraftet. Und ja, ich weiß, dass das, äh, Clean-Star-Verschwendung ist, aber ich baue trotzdem mal den unteren Teil noch. Ja, ich wusste noch, wie ein Amboss geht. Wie? Ähm, drei Eisenblöcke. Blöcke und vier Eisen. Angeordnet wie ein Iron. Ja, also wie ein... Also, ich brauch den, den Stein jetzt nicht hier, und den kannst du ins Lager packen. Wir wirf ihn einfach zu. Jörg brauch so ein Bimbo. Dann würde ich sagen, dass ich das hier auch noch zubaue. Das sieht dann besser aus. Ähm, der Anvil kommt, äh, dahin? Nein, ich wollte ihn eigentlich hier vorne hinparken. Ich hab keiner, ob ich ihn wieder abbauen kann. Ja, kann ich. Ja, ich muss aber noch, äh, Clean-Star erstmal geholt. Wo willst du denn hinhaben? Hier? Äh, in die rechte Ecke, wo noch, äh, Dreck ist gerade. Ja, hab's gerade abgebaut. So, ja, warte halt nicht drauf, äh... Alter! Lag? Ja, Todes. Jetzt geht's aber wieder. Übrigens, Kakao ist fertig. Ja, auf jeden Fall, die lags sind ein bisschen behindert. Kakao ist übrigens fertig. Hä? Der Kakao ist übrigens fertig. Okay, das heißt, dass wir gleich einen Out-Moment machen. Ich guck mal kurz, wie lange die Laufnummer geht. Äh, zwölf Minuten. Ja, dann, äh, stopp hier. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ja, wieso sehen wir uns gleich wieder? Weil wir gleich den Part weitermachen. Wieso? Hä, wieso willst du aufhören? Ich dachte, du musst jetzt los, Kakao ist fertig. Ich meinte eigentlich den an den Holzstämmen, aber wir können jetzt gerne eine Aufnahmepause machen. Nein, weil du, äh, wenn... Nein, dann dauert es noch zwölf Minuten. Das geht schon. Das geht schon klar. Ich dachte... Aua. Das war gut. Ich hab mir wehgetan. Ähm, hier war das alles. Also, du verbrauchst viel zu viel Sachen. Was denn? Ich verbrauch nur Kohle! Ja, und davon haben wir nicht so viel. Naja, doch egal. Wir haben nur noch Holz. Guck, Holzkörben haben. Jörg, wie sieht es bei dir da unten kohletechnisch aus? Mach hier aber nicht so eine Panorama... Elf. Oh. Dann sollte ich vielleicht nicht sämtliche Öfen vollballern. Mit... Play. Den kein Mensch braucht. So. Schnell mal einstellen. Ähm, ich hoffe, ihr wisst, wie der Amboss funktioniert. Ja, irgendwie raufklatschend geht schon. Ja, du musst in den, äh, ganz linken Slot deine Waffe tun. In den rechten Eisen. Und dann brauchst du noch Level. Und ich hab 20 Level, Alter. Ich hab auch 20 Level. Bin schon ein bisschen länger nicht gestorben, glaube ich. 28. Ja, du farmst ja auch Sachen. Dadurch kriegst du ja noch mehr Level, sozusagen. Jo, soll der Schorn dann eigentlich sein? Nur ein hoch oder höher? Drei. Zwei oder drei. Ich komm mal kurz und gucke. Alter, der ist todesriesig da. Guck mal hier hin. Das ist der... Ja. Das hier ist der... Dings da. Der soll drei hoch. Der soll doch nicht so breit. Ja, aber der ist für die ganzen Öfen. Zwei breit. Nein, der ist drei breit, weil der für die Öfen ist. Ja, aber man kann auch mehreren einen umleiten. Ja, aber ich will das nicht. Weißt du das? Wir können das dann an der nächsten Etage irgendwie machen. Weißt du, dass wir dann, äh... Hier das dann zumachen? Gibt es, gibt es, äh... Cleanstone-Half-Steps? Ja, aber die sehen scheiße aus. Wieso? Ach ja, stimmt, dass sind diese Widerlichen. Ja. Wie machen wir das denn? Weiß nicht. Ich find's unnötig, dass du das so riesig machst. Weil jetzt ich lebe. Ja, dann geh mal weg. Ja, dann nehm ich einfach Cleanstone-Half-Steps. Weil reicht. Muss ja. Weißt du, was du dann machst? Du machst da unten nötig, da steine rein, dann zündest du die an. Ich weiß nicht, ob das dann qualmt. Ich hoffe. Ja, das qualmt. Nice. Dann haben wir sogar Qualm aus unserem Schaumstein. Na, ich bin da fangen. Crafting. So, wir müssen jetzt noch auf eine Pause machen. Ja? Ja. Moment, dann will ich das hier noch... Ich will noch schnell die Steps da hinsetzen. Hm. Ich hab übrigens effektiv in der Aufnahme nichts geschafft. Ich hör schon. Moment mal, ja, dann mach ich das so. Dann ist es jetzt nur noch ein hoch, aber es sieht dann... ...helfigst okay aus. Ich bin noch hoch. Alter, Koala reicht, ne? Hat mich schon wieder eingeladen. Aber ich kann das hier auch wegmachen dann. Ach, scheiße. Jetzt hab ich hier ein zu viel weggemacht. Ja, dann mach ich das jetzt nur weg und dann machen wir kurz einen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Dann Leute und ciao. Tschüss. So Leute, willkommen zurück. Immer dasselbe Part. Während der Fisch hier weg war, hab ich hier nochmal schnell die Felder geerntet. Tiere gefüttert und da er so lang gebraucht hat. Da vorne ist ein Creeper. Ey. Ja. Da vorne ist ein Creeper. Ja. Hast du den Teiler wieder gestartet? Ja, warte ich mal den Weg. Na ja, dann hab ich einfach noch die Dings gefüttert. Da vorne ist noch ein Creeper, hinter den, bei den Hühnern. Ja, und weil er so lang weg war, hab ich dann... Au, fuck, ist der schnell explodiert. Bin ich auch vom Server gegangen, weil das hat sich einfach nicht gelohnt. Und Jörg hat gerade Dings gefunden. Ja, wir waren halt alle runter. Nein, ja doch, ja stimmt, alle waren runter und er hat gerade noch Lava gefunden, ist immer noch in der Miene und hier ist ein scheiß Zambien in unserer Schmiede. Der ist tot. So. Ähm. Was brauchen wir nochmal? Dingsstown wollte ich machen und das Laps. Ja, wie hießen die? Laps? Laps. Dingsstufe heißen ja, heißen die auf Deutsch. Ja, ich hasse Deutsch bei Minecraft, deshalb benutze ich es nicht. Das ist aber, dass ich lebe, aber es passiert manchmal. Hast du lebt? Wollen wir da hinten auch noch ein Fenster haben oder soll ich hinten ein Gitter reinbauen? Machst du, wie das denkst. Ja, hinten brauche ich glaube ich Gitter rein, weil dann das Lava direkt drin. Ich habe jetzt übrigens wieder drei Packungen Salzschlangen. Ja, das ist nicht gut für die Aufnahme. Knarsch, knirrisch, knack, knacken. Jan, ist das schon wieder Salzschlangen? Nein. Knack, knack, knack. Jan, willst du mit mir die Höhle abfahren? Äh, ich würde gerade gerne ganz arm ausbauen. Okay. Wir sind hier nicht so, dass wir Ressourcen brauchen. Wir sind eher so, dass die Stadt erstmal schön aussieht. Dann können wir die Stadt weiterbauen. Wir sind eigentlich gar nicht auf Ressourcen aus irgendwie, oder? Ich zumindest nicht, nein. Ja, ich auch eher weniger. Gut. Ich denke mal, hast du noch Dingens rausgenommen, Bricks? Ach scheiße, ich wollte hier Zaun reinbauen. Jetzt habe ich hier Glas reingebaut. Hast du noch Bricks rausgenommen? Ja, hast du, okay. Ja, ich habe die in Baumarteien gepackt. Habe ich gesehen, habe ich schon rausgenommen. Und im Dingens müssen ja auch noch welche sein, in der Schmiede. Da habe ich auch noch 200 Stacks reingesteckt oder so. 64, 0, 0, 64, 64, 5 Gold, 64, 64, 6 Eisen. Siehst du, gibt es mir mal den Clay? Ich habe nicht so rausgenommen. Nooooh, du bist... Ey, ich dachte, du kommst jetzt rum und sammest das alles auf. Ey, warum soll ich es dann noch unnötigerweise nochmal aufsammeln? Ich nehme auch gleich Gold mit, drüber. Ja, kannst du das Eis noch mitnehmen. Habe ich schon. Gut. Du hast den einzigen leeren Ofen auch angeguckt. So, Moment. Ich hole mir jetzt mal eine Packung Salzstangen. Glauben wir noch fertigen Cleanstern eigentlich? Weiß ich nicht. Drüben ist keiner. Nicht? Nein. Weiße. Ich habe die ganzen Öfen gerade vollgeballert, glaube ich. Mit Clay? Nein. Oh mein Gott. Glaubst gar nicht, wie sehr ich dich umbringen würde. Warum? Also, wir brauchen doch gar nicht so viel geschehen als Clay. Alter. Da dran sind vier Stacks verbrannt. Nur an diesem Stückchen Dach. Ja, aber das will doch keiner sehen. Fick dich. Hast du doch die ganze Schalte... Lass doch einfach mal die Kohle in den Ofen drin. Ich habe sie dieses Mal nicht rausgenommen. Achso, ja, ich dachte... Nee, nee, ich hatte... Fick dich! Ich dachte gerade, in diesen Öfen wäre auch noch was gewesen. Das war nur in den beiden Äußeren. Es tut mir leid, ich entschuldige mich hier öffentlich bei dir. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja. Ach mein Gott, ey. So ein Fixer. Alter, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der privat ist. Der ist privat noch schlimmer. Genau. Mal weg hin, ihr scheiß Tiere. So, jetzt habe ich über einen 64er Stacks treppen. Das muss jetzt aber reichen, Alter. So, aber erst mal 18 Dias gefunden. Oh, Alter! Ja, das 23 Dias, also kurz nachdem du vom Server runtergegangen bist, hat er auch nochmal fünf gefunden. Deftig, deftig. Davon abgesehen, dass wir das aufnehmen müssen. Was? Ja, habe ich... Das war nur kurz danach. Du hast ja gerade... Gerade als weggegangen bist, was passiert. Achso, okay. Verpiss dich, du scheiß Kuhn! Du scheiß Schaf raus! Was sind die für Menschen? Schafe! Nein, Schwein, du auch nicht! Mein Gott! Jetzt rastest du gerade aus wie Kirschi. Was sind das für Tiere? Weiß nicht. Ich habe einen derbsten Album gerade. Von mir? Danke. Ja, von dir. Du bist schon echt sexy. Sexy, hexy. Ich bin Skrillex. Skrillex. Bester überhaupt. Kannst du ein bisschen ein neues Album rausbringen? Na. Warum nicht? Ah, sieh. Will ich nicht. Hat er gerade. Oh, geil! Ja, ich habe geil! So gut. Ich habe es schon. Ja, ich werde es mir auch kaufen. A.K.A. auf Spotify hören. Ist es gut, Jörg? Jetzt kommt so eine schüttelnde Handbewegung. Verstehe ich nicht. Gestern gekauft. Ah, ja, okay. Bei Internet? Amazon. Ich habe gerade Birchwood Stairs gemacht. Einmal. Ja, einmal. Also offiziell gekauft tust. Official. Official. Ach so, im offiziellen Skrillex Store. Ja. Ich verstehe schon. Nicht bei Amazon wie jeder normale Mensch, nahe im Skrillex Store. Ja, sicherlich. Ich liebe dieses Schaf. Ja, ich auch. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das Beste am ganzen Projekt. Ohne, das würde ich sofort aufhören. Wenn jemand die Schaf töte, wird er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nein, er wird auf den Scheiterhaufen gesteckt und immer wenn er kurz vor dem Tod ist, wird er in die Mine gesteckt, bis er wieder hochgeheilt ist. Er kriegt irgendwie... Aber er verhungert dann doch. Ne, wie führt er ihn mit vergiftet, mit Rotten Flash, okay? Ja, und verhungert er zwar nicht, sondern krepiert an Gift, aber okay. Nein, er kann auch... Ich glaube, bei Gift stirbt man nicht, oder? Oder stirbt man im Hart auch. Wollen wir eine Eisentür? Boah, ich glaube, ich finde die wieder aus der Tür. Wollen wir eine Eisentür bauen oder eine Normade? Wo? Äh, Schmiede. Könnte man Eisen machen. Dann brauchen wir nur ein Lever oder halt ein Dingens. Button? Ich bin gerade runtergefallen. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich brauche Buttons, weil dann kann ich hier direkt reinmachen, weil ich... Und vor der Tür halt eine Steinplatte, ne? Ich habe bis zwei Buttons gemacht. Dann pack'n einen Button bitte weg. Ich hasse Buttons. Weil die Tür nicht rum. Weil die Tür nicht rum ist. Aber ist bei einer Platte auch so. Ja, aber bei einer Platte kannst du wenigstens drüber laufen und musst nicht irgendwie vorher noch was antippen. Weil es sich lebe. Ähm, was braucht ihr nochmal? Er ist jetzt richtig gebaut? Ich habe keinen Plan. Ja, sieht aber so aus. Als ob ich es richtig gebaut hätte. Yay, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Wo, wo, so. Ähm. Ähm. Du auch. Was brauche ich nochmal für ein Lever? Oder? Stein und Holz. Nein, Stein und Stick. Äh, eine Druckplatte? Okay, das ist okay. So, überhaupt nicht. Ähm. Eisentür wollte ich nochmal machen. Stimmt. Jetzt sind wir hier unten, ne? Ja. Hast du gerade fast das ganze... Hast du fast das ganze Eisen verbraucht für, äh, diesen scheiß Amboss? Nein. Wie viel, wie viel braucht man für den Amboss nochmal? 30. 31. Du brauchst also 4 mal 9. Ja. Nein, 3 mal 9 und 1 mal, mh, 4. Äh, der Part ist übrigens vorbei. Okay. Ich gehe noch schnell in die Druckplatte. Dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.